ja heil willkommen mein name ist dann über die uns begrüßt euch zurück zu letzten mal zwei feilen mix und ja wir sind hier nicht wegen den caps dahin wer sind jetzt hier ganz schnell auf der suche nach einigen puzzle teilen wir können ja jetzt schon fast alles hier finden und suchen und erreichen mit unseren fähigkeiten ich sagen wir machen das in dem wir hier wir machen hat und tun ja die sticker ist die karte schon gesagt da machen wir um die ganzen teile einzusammeln jetzt hier fehlen zwei stück und die holen wir uns jetzt ganz schnell da müssen wir jetzt auch hochkommen jetzt eigentlich locker hier zu finden da haben wir fertig ich weiß wenn ich noch die chance habe möchte was anderes versuchen und da bin ich falsch aber noch mal gucken total haben wir jetzt ja alle gut das land der dachen fehlen uns vier stück mein gott konnten das passieren müsste man eigentlich jetzt alle kriegen können jedenfalls wir haben ja noch kein einziges puzzle teil puzzle via abschließen können das müssen wir jetzt ein bisschen ändern ich meine von 1 kriegt man auch weil sie nicht naja wie heißt die dinge hochkommen so und hier ist noch so ein dingen nicht irre da könnte ich vielleicht den ganz gebrauchen wenn ihr seid also komplett war ja aber da muss ich die menschen nehmen ja da ich habe nicht zwei fleißvoll ausgezeichnet da muss man magier nein ich bin so doof okay nochmal von neu ich wollte die dinge ins die überform oder ich meine das geht auch so wo irgendwie blitzkopf bräuchte ich vielleicht alles gar nicht und dann tun wir hier etwa gehört hat um warte mal da war es schon mal bin ich so toll da komplett gibt es doch nicht da wird nix da wird nix jetzt sowieso nicht nein man muss mal wissen wie viel zeit brauche ich glaube ich weiß wie man das was ist dann vorgeben da war schon mal nicht schlecht anscheinend sagt man ja wenn wir schon mal hier sind wenn wir 40 sekunden ok ich habe so eine ahnung wie ich das machen kann wir kriegen immer drei war das ist mal so ein zeichen man soll ja am besten seine dinge einsetzen seine formen ja ich bräuchte ganz vielleicht item boost nicht wir müssen ja doppelt so effektiv seien da kann man sich glaube ich kaufen also damit das zeug hält dann versuchen wir nochmal haben wir ja mal ein driver kriegen wenn wir gut abschließen verliere ich ja auch nicht wirklich weibling ab weil wir auch wieso ich kriege das war sehr doof das war sehr doof ich halte mich komplett sehr gut das war schon mein gott das war schon wieder unnötig knapp das war schon wieder einer der einfacheren da zum land der drachen müssen habe ich sehr angst obwohl das auch nicht so ein schwieriger hat da haben wir alle puzzleteile und dem blöden pilz bleiben nur noch elf und ein paar puzzleteile die dingen zähle ich ja noch gar nicht mit hier die cups die kommen auch noch da kommen noch ein paar mich würde jetzt interessieren wo die ganzen puzzleteile sind hier sind ja ganz schön viele am fehlen jeder dinge ist glaube ich auch nicht so schwer der pilz ich bin da vorher nicht so viel ging es verbrauchen müsste viele äther mich nämlich aufregen ich gerne den her weil da habe ich eine gute strategie für war wird eigentlich den er machen weil mit dieser waffe kann ich nämlich unendliche kombus machen wenn ich die mp gerade am laden bin natürlich gerne ausnutzen jetzt entschuldigung für den jetzigen pilz auf vier dinger sind ja empfehlen glaube ich ja ok sagen muss ich jetzt abstellen glaube ich das wird hier mp hast ja ich tue erstmal ja absichtlich vermasseln weil ich wissen wie viele punkte ich brauche aber dem ist jetzt so ich darf mich nicht fangen lassen und ich muss aber töten ein natürlich nicht sehr gut ich darf mich nicht berühren lassen von denen und ich muss so viele wie möglich von denen erledigen ich würde jetzt gerne wissen wie viele ich machen muss was ich machen werde ist wer die endlos kombus ausnutzen und ja in der weisen form kann ich dann unendlich schießen und diesen kombo abschluss angriff zu machen welcher ein bisschen ja weil sie nicht ein bisschen langsamer ist in der weisen form bin ich mich hat dauernd am bewegen also dürfte hat jetzt nicht so schwer sein das vielleicht ging es einsetzen ja das ist einfach nur wegs menschen wie blöde sich nicht aus versehen in irgendeinen von den reiben bewegen lassen ja blöde ist die weisen format mp hast also da ich das jetzt so weitermachen wird das eigentlich kein problem sein 85 mal kein ding oder wollen wir immer knapper was bist du euch ja das war schon wieder knapp ich habe so ein glück nur noch ein paar ein bisschen weiter auseinander bewegen anscheinend ich habe gar nichts mehr ich habe gar keinen mehr nein 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 will ich mich verarschen hey dann war schon wieder so klar ne 84 willst du mich verarschen warum sind die nicht mehr verreckt am ende boah hey junge das weiß ich wieder wo ich die ganzen drei bei meyer habe in meinen anderen spielständen boah das ist jetzt nicht wahr rufen du kannst mir ruhig helfen ich warte bis der sarka abläuft oder jetzt habe ich dir locker ist klar jetzt durch die von abschließend obwohl dann nur noch voll wen gekommen dann stehe ich vorhin nicht geklappt hat es am ende da war wieder so typische ein form sieg jetzt habe ich die wahl er hat soll hat ich habe eine thema durch zu kommen aber trotzdem wirst du dich und du auch und du auch und teleportieren sich die ganze zeit wie blöde also nicht doch mal ein neuer auf oder teleportieren sich hin und her ich habe schon gesehen eine will auf mich zu ja da ist wieder schon wieder los schon wieder nicht dauern ich mache ein paar platt das soll jetzt nicht wahr was soll hat danke also ich treffe auf der spitze ja war reicht ja entschuldigung nicht mehr gegen das ding gekommen da fahrt pils plus ist das kofi auch endlich mal so ein ding das ist aber ein gutes teil gebrot ist halber schaden nicht schlecht so bei der dritte bei noch 10 aber wir sind da wegen dingen zu ja wegen wegen pustel teile ich wollte schon wieder sagen ob ich immer sticker sagen woher stadt her ich habe keine ahnung warum sind die letzten hier gibt es auch noch hier gibt es glaube ich ein irgendwo da kommen wir her noch einer ein paar kann ich glaube ich noch nicht erledigen kann diesen pilzen weil ich da auch ein paar werte brauchen ein paar stärker wert oder also was ich mir jetzt aber nicht so sicher wie sieht es hier aus wenn die spiele haben wir schon ein wenig gehört ein putter teil fehlt noch ich habe aus dem weg läuft gut hier mit den bonus sachen gal naja ich glaube hier ist mal einer über diesen felsen hatte hier oben habe ich schon der letzte in der höhle irgendwo eine deiner stadt genau also irgendwie das zerstörte dorf meine ich oder wieder aufgebaute dorf ok so haben wir hier alle noch mal anschauen ja ok ich hatte mal wofür nun setzt noch welche bei den kann da müssen wir noch nicht hin aber als da noch mal vereiner ach ja den weiß ich aber ich glaube den schaue ich noch nicht mal lege gerade hier haben wir alles erledigt da fehlt mir positiv war schloss disney das land die ganzen land die keinen verpasst haben sondern dieses eigene gebiet oh mein gott ok aber irgendwie habe ich natürlich wieder geschafft das machen auch immer nach atlantica das ist glaube ich erst abgeschlossen wenn ich jedes mini spiel noch mal mache ich glaube ich muss noch nicht mal punkte oder irgendwie sowas haben wird jetzt auch nicht so ein problem wäre weil ich muss hier im musical normal spielen um den ganz zu bekommen hier alles abgeschossen zu kommen so habe ich jemand verpasst also man kann noch dahin hat gebiet rein aber wahrscheinlich näher war es auch schon vor allem wir sind sogar noch zwei hallo na poseidon er ich mein triton das ist eigentlich der unterschied zwischen poseidon und triton ich glaube ich nicht weil es verschiedene methodologien oder ab nach schloss disney wenn man es da noch das präsentale am ende des parts kann man ja mal gucken ob wir einige vervollständigen können zum kraftbolten und so springen glaube ich dafür dabei raus irgendwie ne wo könnte er sagen doch überhaupt noch gegner hier auf optionale kampf fängt hier auch noch nicht an also schon direkt da kann man schon leichter abbrauen oder danke so schnell kann es gehen noch eins ok diesen daten nicht als erste gewesen wir haben es doch gerade eingesammelt mal direkt am eingehalten soll erst total eigentlich sein da 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 dann ist auch noch das ist eigentlich nicht schon geladen der partner aber diese kleine kann erledigen ich möchte hier die blöden pilz nicht nach den ganzen epischen post kämpfen und so wie noch auf und vorkommen zukommen machen ich will sie schon vorher erledigt haben wo wir schnell jetzt hier gegen fliegen und sich nur noch gleiten ja aufs maximum bringen und wenn man es richtig schnell bewegen ich glaube hier oben ist da ja haben wir ja auch alles erledigt ist auch kein herzloser das sind übrigens herz so wie ich ja ja diese pilze da wo fehlt uns dann noch bad hier die teile ja und aufgaben nach flüstern muss die wenn wir schon mal hier sind dann wenn man schon nach eingehen ob ich auch den ding zu erledigen dem pilz also lassen wir hat aber noch für eine welt hier halloween town eine port royal 2 space bar 92 gehen wir nach halloween town weil ich weiß auch nicht mehr was für ein pilz da war aber ich kenne war ein port royal der der ist richtig nervig sonst in hell und in town vereiner ich habe ich noch nach links teleportieren ach ich weiß da muss man ausweichen hat er noch mal gemacht aber man muss ausweichen die ganze zeit reflektieren muss man glaube ich wenn er da muss ich noch mal nachgucken ja ich muss bei einigen nachdem wir nochmal geht einige werde ich so ausprobieren aber einige muss ich nachgucken internet verzeiht mehr weil einige sind auch richtig übelst schwer ja wahrscheinlich bei einigen hier ein ganzem paar dran sitzen um die fertig zu machen der in twilight und der ist am schlimmsten finde ich weil er ist ein bisschen glücksabhängig und hat finde ich richtig kacke ein jahr zu später fnz weine aber wir sind jetzt erstmal auf der suche nach dem puzzle teilen ja ich muss in der letzten sekunde ja aufmachen ja komm mal ja haupt gewinnen bonuspreis mein freundes teile ausgezeichnet anderen dingen ist auch weg brauchst du in der eigentlich ob jack hijack ja also mal gucken wie hast du mit welchen gegnerischen zaubern aus also das ding ist das ok ich glaube ich weiß wie ok eine sekunde eine runde da muss ich sogar den zauber einsetzen den ich sonst nie einsetze noch mal und zwar reflekt ja ich habe es gesagt ob gott perfekt ich bin aber nicht sicher ein pfleger dann brauche ich mir ab monochrom wahrscheinlich war ich schon wieder nach rechts ja item wo es ist immer noch drin ok da ich will brauche ich jetzt habe ich das schon freigeschaltet muss gucken wie viel ich brauche 80 oder mehr punkten ich glaube der ist auch nicht so schwer wie ich es in erinnerung habe oder wie er jetzt jetzt hier so den eindruck macht ja ist gut aber jetzt maximum mp mehr kann ich nicht kriegen glaube ich geht doch locker her so nah dran sein dann klappt das schon wir sind so nah wie möglich angehen manchmal zu verzögert machen ich sehe da mal reflekt machbar sein ja das war natürlich sehr gut da darf jetzt natürlich wieder nicht wahr sein ich hätte ich diese eine welche betroffen aber es war natürlich wieder klar klang na komm mag mir jetzt nicht so unitschwerd ich ja schon auf mich los nicht auf die anderen wenn der bier reflex der muss broken zauber ein ganz kino mal nicht nur zur sicherheit sagt warum schießt er jetzt so oft auf einmal so haben wir abgeschlossen ist und man nur 900 geld ruckzuck ja aha wenn jetzt aber noch schnell den allerletzten dingen zu holen dann alle puzzle teilen dieser welt soll irgendwo in der nähe noch sein muss in halloween town sein ja ist klar in der roger und taunen so wird eigentlich wenn man weiß wie man die blöden pilze macht dann ist nicht so schwer aber die können trotzdem nervig sein das sind jetzt noch die ganzen einfachen ich möchte hat vor den ganzen zu einem boss machen weil die dann nachzumachen ist irgendwie bald nicht so antiklimatik aber hier ist der teil glaube ich in rohe da nur da rein da sind da aber du willst mir jetzt auch von nerven gehen oder danke wenn wir sogar irgendwie ein bisschen geholfen da raus hier alles gesehen wir haben alles gemacht geschäft aber auch hell und in town ja abgeschlossen wie die gegner ja auftauchen ohne als hat menü öffnen kann also ich glaube mal aufgefallen kommt da kein screen denn 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 das war bestaunen mini spieler wat 90 punkte ja ist doch noch gibt es ja noch ach so ja ja schenk verpacken und so war es ist jetzt nicht richtig wahrscheinlich auf screen machen weil skateboarden ist hier richtig beschissen gemacht gut dann würde ich sagen wenn ich da gefallen hat auch wenn es ein bisschen langweilig jetzt hier gewesen ist und er wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr ja bitte ein like ein subscribe also ein abo und ein kommentar alte lassen um das zum ausdruck zu bringen in dem sinn sage ich dann vielen dank fürs zuschauen und hoffentlich tschüss bis zum nächsten fall